Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 25. März 2022. Der langwährige Telefonhersteller Mi hat ein neues Handy-Modell auf den Markt gebracht, das neue Maßstäbe setzen wird. Es handelt sich um das Handy in Mi-Form. Es können verschiedene Stellen am Körper des Mi-Charakters gedrückt werden, aber aufgepasst. Ist man nicht vorsichtig, kitzelt man das Mi und es beginnt zu lachen. Die Handhabung ist sicher nicht ganz leicht, aber junge Leute wissen das Design des Produkts sehr zu schätzen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wahnsinn, toll, dass ich dabei sein kann. Ich wäre auch gern mal in den Nachrichten zu sehen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Louis Chiesenbiet. Der 25. März war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Bye-bye.